Ja, das ist schon über die Strecke weich, aber ich habe ja auch geschätzt und von so einem Bahnhof, da muss man ja dann da oben so über die Küche laufen, wenn ich noch gerade ausweige. Ja, ich weiß, das ist nicht so weit, um da noch auf dem Krankenhaus zu laufen, das ist weich. Ja, das soll ich hier draußen. Bitte? Das soll ich hier draußen im Krankenhaus. Ja, so. Nein, bitte. Musst du die Bahnhof? Nein, wir gehen nicht da ausweigen, das ist dann. Ich musste drei Alkohlenblut abgeben, CTG gemacht, Röntgen gemacht. Ich habe einige Untersuchungen über mich da gehen. Patrick? Ja, aber du hast ja gesagt, wenn man am Bahnhof über die Küche geht, dann ist doch die Küche schlafen. Nein, du gehst, wenn du am Bahnhof bist, unter der Unterführung, dann gehst du nur gerade, dann kommt es schon automatisch hoch. Patrick? Ja? Bei der Sonnenhalle hast du auch die ganze Zeit aufgepasst, ne? Warte, hier. Und? Nein, du hast ja gesagt, bei Reichweißen dann sehe ich es. Patrick? Patrick? Hallo? Patrick, du hast dich bei der Sonnenhalle aufgepasst, ne? Die ganze Zeit, ne? Ich habe dich ja auch nicht gesehen. Ich habe keinen drin gesehen. Aber hast du die ganze Zeit auch drauf aufgepasst, ne? Ja, ja. Hast du die ganze Zeit drauf aufgepasst, ne? Hast du die ganze Zeit drauf aufgepasst? Ja, aber ich muss inzwischen auch mal Ergotherapie machen, weil die Aten da drauf, die Aten da drauf, wenn ich mich da beschämt bin, bin ich einfach woanders, ich spiele die Musik. Ja. Ja, ich würde auch gerne, ja, ich würde... Ja, ich würde auch gerne Ergotherapie machen. Hallo, Patrick, ich würde auch gerne Ergotherapie machen, aber ich habe ja kein Geld für Ergotherapie. Ist ja schaust. Ich würde auch gerne Ergotherapie machen, aber wir müssen sie ja bezahlen. Ja. Ah, süß. Ja, ich mag, dass ich das einmal gesehen habe, auch in Zahnen, auch nachgekommen kann. Oh, das ist ja. Ja, ich habe ja auch schon mal versucht, aber ich denke, da kann man doch, 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 da kann man doch schnitzapfen. Ach so, jetzt ist das ja keine Kinder. Ja. Ja, das tut auch gut. Ja, egal, ich glaube, da kann man doch, da kann man doch, da kann man doch schnitzapfen, da kann man doch schon mal ein bisschen sehen. Ja, das tut auch gut. Ja, da kann man doch auch, da kann man doch auch schnitzapfen, da kann man doch auch nicht so haben. Ja, das passiert. Das war's für heute.